So, meine Damen und Herren, mach mal mit Teil 2. ZD5, ich glaube nicht, dass ich dich vergessen habe. ZD! Trigger, stop! Ich werde dir zeigen, dass ich die Wahrnehmung für dich erzähle. Ich verstehe das alles. Ich werde mich einfach schrauben. Das hätte mich schraubt, wenn ich ein anderes Mann war. Du warst seine größte Fehler. Good-bye. Oh, das ist ein Puppen da, ne? Das ist ein Puppen da. Das ist ein Puppen da. Ich werde mich nicht machen, das zu mir selbst machen. Es ist noch Zeit. Ich werde mich nicht machen. Die Leibschöne und die Leibschöne. Ich werde mich nicht machen, wenn ich die Lava verheirte. Das ist nicht so. Ich werde mich nicht machen. Ich werde mich nicht machen. Ich werde mich nicht aus hierher, bevor die Lava verkaufen das Rooim 2. Die letzten vier Kommandos können nicht sein, dass sie uns vorhanden sind. Richtig! wird doch nicht rutschen und dafür ist die symbole wieder auch hier verstehe ich warum das die da ist und nicht die okay Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kann ich schon sagen Was stehst du denn? 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 Hallo Leute! Hallo Leute! Was stehst du denn? 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 Oh! Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Two-thirds of the way there. Super ist incoming. Heh, you'll regret that. Nearly there. More supplies. Suicide, General. Supplies keep coming. No, don't worry. The U-boat is fueled. No. 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 ah ich hab mich schon gleich nochmal auf oder nicht okay regroup on the U-Vault we need to clear out the undead before we can launch we can only be running to one place project ragnarok let us see what awaits on the far shore of hell oops something is close be careful get ready this could be anything it's fighting on us look out whoo 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 zombies come on we have to go we have to go the we have to go here he comes straight at us it's a shark a giant have a Nazi shat ha 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 hey i'm gay i've got an idea do you think a giant bait grenade would work can you open a portal shweiger can you open a portal shweiger what you mean i'm so close it will detonate the portal will be unstable oh yeah it'll be insanely unstable so i'll send you the parts you'll have to build it at your end i've got no better ideas 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 the shark is charging brace for impact hallo meine fresse die was soll der scheiß ja jetzt muss auch noch nachladen dicker hier kommt der scheiß, es scharge es scharge es scharge es scharge es scharge es scharge das kann wirklich funktionieren Das ist die letzte Teil. Alle Teil der Bomben sind erfolgreich. Okay, jetzt müssen wir einen Schark zu essen. Ich habe eine Idee. Scharks sind in der Blut, richtig? Vielleicht kannst du die Bomben in Zombie-Meat. Was ist das? Alpha Squad! Doe was du best. Ich will keine Zombie-Meatmen. Supply! Das war nicht. Das war nicht so! Mann, geh doch mal weiter und bleib doch wie ein Bastard hängen, digga! Das war's. ZOMBIES AT THE STIRN Ich glaube, ich bin auf eine Rolle. Ich glaube, ich bin auf eine Rolle. Was ist passiert? Der Shark hat eine Bombe, aber es ist nicht gefährlich. Du musst die Detonation direkt treffen. Shoot it! Shoot the Bombe! Heifischfleisch. Pest gehabt, Alter. Okay. Wichtig. Juhu. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich das noch wegdrücke. Deswegen mache ich hier schon die Abmoderation. Ich sage danke fürs Zuschauen beim ersten Teil des Zweiteiler-DLCs. Und wir werden uns dann wiedersehen, wenn wir mit dem Abteil 2 anfangen, fortfahren und so weiter und so fort.